Ok, also wir haben ihre Packer und Haaren, richtig? Genau. Sie halten sie uns und die anderen lassen sie einfach gehen. Wäre doch was. Aber ich finde, die können zusehen, wie ihr leidet, ne? No, 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 ich habe eine andere Idee. Ach, wie langweilig. Ich gehe mit der Kürze wecken, ne? Ja, sie. Geh mal mit der Kürze wecken. Hier, mit, mit, mit. Hm. Ihr seid uns ein Gefallen schuldig. Das heißt, wenn ich drüben bin und was brauche oder was wissen will, seid ihr mir jeweils ein Gefallen schuldig. Ich kann dich nicht richtig hören. Ja. Lauter. Ich habe das verstanden. Wir haben es verstanden, wir werden es dann tun. Und dieses Gespräch, worum es gerade hier geht, um den Gefallen, wird keiner erfahren. Mhm. Ja. Ist das klar? Ist angekommen, ja. Niemand. Sehr schon, ne? Hahn, hallo. Hallo, Hahn. Na, weißt du, wer hier ist? Wahnsinn, kurz. Die Kürkart ist schwer. Moment. Jetzt. Ja, Entschuldigung. Hallo? Kannst du dir vorstellen, wer hier spricht? Glaubst du, glaubst du oder dachtest du, ich habe dich schon vergessen? Nein. Ich habe nicht gedacht, dass ich mich vergessen habe. Vielleicht habe ich heute eine schöne Aufgabe, hm? Heute eine schöne Aufgabe. Wer weiß, wer weiß. Ja? In zehn Minuten, hm? Mhm. Kommst du auf die Insel. Mhm. Okay. Natürlich alleine. Ja. Und dann? Wirst du sehen, hm? Keine Sorge, dir wird nichts passieren, hm? Mhm. Außer du bringst wen mit. Dann finde ich dich. Alleine. Ja. Zehn Minuten. Tick, tack. Aber ich sehe ja auch noch nichts, oder? Ich habe keine gestillen. Ich rufe ihn nochmal an, ne? Hallo? Wie schaut's aus, hm? Ich bin auf dem Weg. Ich fahre über Wasser. Ich fahre. Du bist schon fünf Minuten zu spät, hm? Ja. Tick, tack, herrn. Tick, tack. Rufen Leitstelle vor ihr an und sagen, wir haben vergessen, dem Herrn Hahn etwas mitzugeben. Das wäre nicht super. Das wäre nicht super. Verspätet. Es tut mir leid. Ich hasse Verspätungen, ne? Ich habe dir zwar gesagt, dir wird nichts passieren. Mhm. Aber ich mag keine Unpünktlichkeit, ne? Mhm. Kannst du dir vorstellen, warum du hier bist, ne? Vielleicht, weil wir noch was offen hatten? Ich weiß es nicht, was genau. Was haben wir denn heute für einen Tag, Hannah? Weiß ich sie? Es ist gruselig. Ach so, stimmt. Ja? Ja, das heißt, was haben wir, hm? Nachts Halloween? Das kann man so sagen, ne? Mhm. Und ich würde sagen, an Halloween machen sich viele Späße mit Leichenteilen, ne? Ja, sehr viele Späße. Ja. Nur, dass wir niemals spassen. Das glaube ich ihm, dass sie nicht spassen. Ist mir bewusst? Und vielleicht, um allen mal zu zeigen, ne? Was es bedeutet, sich mit uns anzulegen. Und dass Halloween nicht nur... Tage da sind, um Spaß zu haben, ne? Braucht ihr vielleicht mal echte Beweise, ne? Oh ja, oh ja, oh ja. Pfff. Wie definieren sie echte Beweise? Ich glaube ihm, dass das sie nicht spassen. Das wirst du gleich sehen. Gott. Und das ist kein Spaß von uns. Das ist tot. Ernst an. Oder geht es nicht? Ich würde mal sagen, du kannst das Paket gleich mal aufmachen, ne? Aufmachen? Aufmachen und gucken, was drin ist, ne? Tee, äh, okay. Ich wollte ja... Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Vielleicht sollte man das mal ein bisschen warnen, ne? Vielleicht sorgst du mal dafür, dass... Vielleicht auch die Presse davon erfährt. Diese Teile, die da drin sind, ne? Sind von David Rossi. Das wird euch auch euer Laborbericht oder sonst was bestätigen, ne? Und dieser David Rossi meint einen Schnatterpost zu posten. Auf unseren Anwesern, ne? Und das... Wir machen das tot und uns damit anspuckt und uns nicht respektiert und Respekt zeigt, ne? Wann passiert das? Dann gibt's eine Leiche in Einzelteilen, ne? Und ich sag dir eins, er hat bis zur letzten Minute sein eigenes bochenes Herz in der Hand gehabt, ne? Ja. Oh, Gott. Sieh, es war ein schöner Anblick. Oh, nicht wundern, ist noch warm. Ja. Gute Reise. Mhm. Hey, ciao, Bella, her. Oh, Gott. Ehren Sie uns bald wieder, Herr Hahn. Gott. Hm, viel Spaß. Das ist mir... Heben Sie vorsichtig, sonst kriegen Sie im Rücken, ne? Ja, ich... Oh, Gott. Wie? Tief einatmen. Soll helfen. Oh, Gott. Soll helfen. Oh, Gott. Psch, auf klatschen zu lassen, ne? Das wird ein Riesenspaß, ne? Wie, lauter Spaß heute Abend. Das ist ein schoner Halloween-Beginn. Ja, vielleicht wundern Sie sich ja, wenn wir... Wenn ein Hubsrauber da ist. Ja, ich wollte Sie noch informieren, dass wir über unser Paket von David Rossi, ha? Ein Großteil der Körperteile vergessen haben. Wo haben Sie unser Paket denn abgeliefert, Ma'am? Äh, fragen Sie mal im Funk nach, ha? Wurde persönlich abgeholt auf der Insel von einem Gop. Und den Rest liefern wir jetzt persönlich zu Ihnen, ha? Okay, und wen habe ich das verglühen, wenn ich fragen darf? Vielleicht schauen Sie gleich mal am Southside-Schließfach. Sollen wir? Soll ich nochmal rausschreien? Nee. Warte, dann gehe ich ein Stück runter. Ich mache ihn schon mal los und halte ihn noch an die Kragen fest. Du musst dann ein bisschen... Du kannst, kannst freuen. Wir haben noch ein kleines Baguette für euch. Zur Halloween. Du musst etwas nach links. Mal klappt's. Kann ich? Ja, sehr. Ich trete ihn und rasse mit ihm. Oh. Vielleicht ein bisschen schlecht geflogen, oder? Ich rufe noch mal an, dass Sie mal auf der Brücke gucken sollen, ne? Über das Southside-Lager. Ähm. Ähm. Was, ähm? Was, ähm? Was, ähm? Sprich mit mir, was, ähm? Sprich mit mir! Ja, 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 warte. Ich, ich, ich... Ich habe gerade... Wo ist der Arm? Wo ist das Bein? Ich, ich... Guck mal, da in dem Brustkorb... Da ist nie... Wo ist das Herz? Ich... Ähm. Euch fehlt das Herz? Uns fehlt nicht nur das Herz, uns fehlt das Bein, der Arm, das Herz, mit dem Finger und dem Ohr. Ich sehe das überhaupt gar nicht. Oh. Ich kann das nicht mehr. Ich stehe da scheiß Paar mal mit Leichenteilen. Kartonsüft. Äh. Ist halt niederlich. Das Fahrzeug kann ich dann auch verbrennen. Mhm. Ich kann das sein. Oh, die ist blöde. Ich kann mir auch die beste Stelle für heute wieder außen suchen. Ich kann das einfach nicht. Das noch. Ich will das nicht drin rumholen. Aber ich gehe manchmal. Das ist alles nur wie damals, Alter. Boah. Wer bist du? Ich will mit den Haaren. Oh, warum bist du maskiert? Ich will mit den Dingen fahren mit einer Leiche herumschämen. Bro. Du kannst dich nicht maskieren. Weißt du, wie auffällig das ist? Irgendwie auch. Das ist das Dümmste, was du tun kannst. Ich habe so das Gefühl, dass ich... Ich werde verfolgt. Ich gefühlt habe ich das Gefühl, ich werde verfolgt. Dann pocht dieses Herz in diesem Ding. Ach. Ich weiß auch nicht. Wie kann das Herz pochen, wenn das... Ich weiß es. Wie geht das? Das hat sich so nah angehört. Haben die dir irgendwelche Drogen verabreicht? Nein. Bist du sicher? Hast du irgendwas genommen, um dich zu lockern? Nee. Bloß nicht. Bist du dir da wirklich sicher? Ja. Also nimmst du mir gerade bitte nicht über, aber ich habe... Schiebsten Filmen, das ist irgendwie nicht mehr ganz normal. Ich weiß. War das jetzt gerade irgendwie zu viel für dich, oder? Ich finde, dass ich schon viel... Ja. Ja. Was ist los? Ich glaube, ich habe zu Nioh oder so. Bist du dir wirklich... Bist du... Hä? Warum? Ich könnte meinen, die Dame, die mir die Kiste da gegeben hat, dass... Dass die mich verfolgt. Aber ich sehe nichts. Wir sind alleine hier. Bist du dir sicher, dass die nichts mit dir da drüben gemacht haben? Nein. Ich bin da angekommen. Dann habe ich eine Ohrfeige bekommen mit einer Waffe, weil ich zu spät war. Hm. Und dann durfte ich die Kiste öffnen. Und da sind halt die ganzen Sachen drin. Okay. Und dann sollte ich wieder weg. Haben die sonst noch irgendwas gesagt oder gemacht? Nee, sie meinten halt, dass das halt dafür ist, weil die Leute nicht hören. Ja. Dass die da immer rüberkommen, dass die zu frech sind und Schnatterposts machen, dass die kein Respekt zeigen. Nein, sie meinten nicht. Und sie wollen halt Taten jetzt folgen müssen. Dann haben sie mir die Kiste da in die Hand gedrückt. Das habe ich jetzt dann auch versucht, in den Brief reinzuschreiben, damit wir das dann... Ja. Ja. Und ich habe das... Also ich glaube, du solltest... Du solltest dich gleich am besten hinlegen. Versuchen, also irgendwie zur Ruhe kommen. Also wenn du schon Planenvorstellungen etc. hast, dann war ein ganz großes Problem. Ja. Das ist schön. Und halte mich auch diesbezüglich bitte auf dem Laufenden. Dann habt ihr wahrscheinlich weiter anhalten, ob das so weitergeht. Weil dann müssen wir irgendeine Lösung dafür finden. Weil wir müssen auch soweit denken, also erstmal geht es natürlich um deine Gesundheit. Und nicht, dass du irgendwann anfängst, richtig durchzudrehen zum Beispiel. Einfach jetzt nochmal so als Gedanke, das Ganze weiterzuführen. Und ja. Da müssen wir aufpassen. Jawohl. Gut, dann nehme ich die Kiste an mich. Ich glaube, die eine Ecke ist da so ein bisschen auf euch schon. Ja, ich habe schon einen Plan in den Kofferraum gelegt. Da kommt der Scheiß gleich dran. Wo ich das erstmal verstauen werde, ist egal. Fakt ist, ich werde es bei mir haben. Das wie gesagt, sollte nochmal irgendwas sein oder kommen, dann bitte sofort Bescheid sagen. Mach ich. Alles klar. Und tu mir den Gefallen, machst du was beim nächsten Mal. Nicht so obvious, dass du voll maskiert in der Gegend rumrennst. Du kannst nicht noch mehr hier schreien. Ja. Das ist es halt. Das musst du immer im Hinterkopf behalten. Ich weiß, das ist für dich einfach, wegen der ganzen Klamotten und so weiter. Aber stell dir mal vor, die Kollegin hat dich jetzt angehalten. Und die hätten jetzt gesagt, wir wollen ein paar solches suchen. Und dann haben sie alles gefunden. Ja. Gerade weil du maskiert bist. Das wäre so witzig gewesen. Versuch, versuch immer einen Schritt voraus zu gehen. Okay? Ja. Und wenn du nicht weiterbeißt, dann trafst du mich. Mach ich. Alles klar. Dann ab ins Auto und guck, dass du irgendwie jetzt erstmal zur Ruhe kommst, ja? Hm. Okay. Danke dir. Dein Problem. Oh, kann ich jetzt Kacke loswerden? Oh, wenn ich durch die Stadt fordere, da bin ich perfekt. Ja, Mann. Nee, nee, nee. Mach der jetzt? Hier kann ich jetzt nicht loswerden. Hier ist viel zu viel Verkehr. Ich bin am Arsch. Nee, nee, nee. Wenn mir was loswerden, wie gut. Hm. Hm. Das Auto ist sogar unangemeldet. Oh mein Gott, wie gut. Wie gut einfach. Ich kann das nicht. Jetzt hat das Ding auch noch. Oh. Nee. Oh. Huch. Glaub ich. Habe ich doch irgendwas genommen? Nee. Oh. Oh, die beschissene Karre loswerden. Halloween. Genau diese Kacke, ey. Kann man. Wo ist Kacke eigentlich? Ach, dumme Sau. Ist schon nicht mehr verkauft worden. Ja, der ist aber nicht da. Jetzt haben wir überall so tolles Gasdank stehen, ne? Jetzt, wo ich einen brauche, finde ich keinen. Ach, Mensch. Du kommst ja wie gerufen. Super. Danke für die 40.000. Ja, ich weiß nicht, wie ich nix. Nein, ich gehe in die andere Richtung. Nee, muss nichts Modernes sein. Danke. Können sie Kinder schenken? Ja, ich bin da gut gegangen. War jetzt Wiesel News Bescheid? Noch nicht. Ich versuche, die zu kontaktieren, aber das war mir schwerer als gedacht. Was dauert das so lange? Ansonsten freuen sich bestimmt die Affen bald auf Besuch. Die Affen auf Besuch? Ja, stimmt. Affengehege. Ja, natürlich haben wir ein Affengehege, hm? Ja. Tick-Tackern. Ich freue mich auf den Artikel, hm? Ja, ich gucke das nicht Wiesel sofort. Reiche. Ja, ja, das interessiert mich nicht, hm? Ja, ich gebe das nicht. Ich liebe dich. Bis zum nächsten Mal.